Aus Out of the Void wird Force of Attraction, so der neue Slogan. Das zweite Bewerbungsbuch ist abgegeben. Eine Reise durch Zeit, Raum und Experimente steht im Fokus. Regina Dolores Stieler-Hinz, Kulturbeigeordnete, sei überzeugt, dass mit dem Titel Kulturhauptstadt ein neuer und farbenfroher Kulturbegriff kreiert werden könnte. Das 100-seitige Bitburg mit 44 spezifischen Antworten über die Vorhaben der Stadt Magdeburg strahlt Kraft und Selbstbewusstsein aus. Internationale, lokale und regionale Partner wollen 44 Projekte umsetzen. Für die Gestaltung des sogenannten Bitburgs gab es zwar von Seiten der Stadt eine Ausschreibung. Leider hat keine hiesige Agentur das Konzept umgesetzt. Die Berliner Designer des ersten Bewerbungsbuchs nahmen das Zepter wieder in die Hand. So ist die Gestaltung ähnlich, nur farbiger. Jetzt ist zu hoffen, dass der Inhalt überzeugt. Die englische Version des Hefts ist unter www.md2025.eu verfügbar. Vielen Dank. Vielen Dank.